dazu einige worte ich werde das mal ein kleines bisschen ändern das ganze bild was bedeutet endlich wieder etwas lernen das liest sich ja wie drill oder stupus auswendig lernen was steckt dahinter würde ich kann es nur sagen die kinder haben es bis jetzt immer geliebt sie werden uns auch weiterhin lieben könnten sie eine fremdsprache lernen ohne eine vokabel zu wissen nein könnten sie lesen oder schreiben wenn man es ihnen mündlich erklärt hätte es ist eigentlich ganz einfach hier stehen die antworten und wenn man das alles gelesen hat und sich darüber gedanken gemacht hat man sagt man jawohl dann kann ich loslegen und das leibbild lesen da verstehe ich das auch was da mit gemeint ist damit ist gemeint dass die schüler in der ersten klasse schon wieder lesen und schreiben können schon lesen und schreiben können und rechnen und grundfertigkeiten drauf haben diese sonst ganz einfach nicht hätten wir kennen ja die derzeitige bildungspolitik und die hat das scheint absicht zu sein denn wie will man denn leute irgendwie führen wenn die leute vielleicht auch noch denken oder etwas einfach so sehen hier will man das machen und und das ist mein aufruf liebe eltern nicht nur in zelle nein liebe eltern in deutschland und österreich gründet eine solide schule eine schule an der die kinder gerne aber sehr viel lernen und vor allem nicht so lange dass es alles wieder vergessen im gegenteil das ist immer wieder behalten wir kennen doch alle diese alten meister und facharbeiter die einem alles so im kopf daher rechnen die alles wissen solche leute wo haben die gelernt ja die haben in alten schulen von früher gelernt es ist nicht alles schlecht von früher man muss nicht alles über den haufen werfen wir haben schließlich über viele viele jahre so entwickelt dass das so gekommen ist dass es so funktioniert und es hat auch nichts mit drill zu tun wenn jemand sagt ja wenn ich eine fremdsprache lernen will dann muss ich doch erstmal die vokabeln können wenn ich die vokabeln kann die muss ich aber auswendig können und das ist ein kleines bisschen drill ja ich weiß wenn ich die aber kann dann kann ich auch die fremdsprache endlich versuchen anzuwenden und die lerne ich dann durch sprechen durch tun nicht durch zu gucken oder anhören und solche dinge alle die lernt man an einer soliden schule da kann man die lernen und dann vergisst man auch nichts mehr und unser leitsatz wir sind eine weltanschauungsschule wir glauben nicht wir wissen lieber das ist unser leitsatz und wenn ich wissen kombiniere dann wird man das denken ich kann also nur denken wenn ich wissen habe und dieses verschiedene wissen zu kombinieren das eine das andere und das nächste bausteinchen zusammenzusetzen das nennt sich denken und da kann ich auch überdenken was ich erreiche wenn ich irgendetwas tue das heißt also ich kann die folgen meines handelns bedenken pädagogik ist einfach natürlich pädagogik besteht nur aus zwei dingen letzten ist güte dem anderen gut gegenüber sein das gehört auch mit zu unserem leitbild und konsequent zu sein konsequent also co dazu gehören und die sequenz ist eine zeitliche abfolge dazu gehört zum beispiel auch dass ich sage so die haben heute alle die arbeit geschrieben diesen ganz gespannt darauf wie sie sind abgeschnitten haben denn die haben ja gelernt ich weiß das ja an unserer schule lernen die kinder gerne das war bis jetzt immer so bei mir im unterricht und auch bei kollegen die ich sehr mag die so ähnlich sind wie ich vom typ so und dann muss ich also sagen wenn die schon auf die ergebnisse warten schon ganz gespannt sind dann muss ich die arbeit heute mal schnell korrigieren ja und herrgott ob ich sie heute oder morgen korrigieren oder übermorgen oder wie es typisch und üblich ist mittlerweile in fünf wochen oder gar nicht das ist egal der zeitliche aufwand bleibt ja aber das passt zur sequenz zur zeitlichen abfolge genauso muss ich auch als lehrer mal sagen das ist mit konsequenz fein gemacht gut oder alter das war aber nichts das ganze besser kommt noch mal ran mehr ist das nicht das sind keine pädagogischen experimente oder oder irgendwelche dinge und kinder könnten dann nicht kind sein wenn sie lernen müssen müssen die wollen kann ich garantieren aber dann könnten sie nicht kind sein man sollte doch jeden so lernen lassen wie er will und wasser will und wann er will ich glaube nicht dass daraus was wird aber ich kann noch was garantieren wenn ein kind viel weiß kinder sind ja wissbegierig grundsätzlich die wollen ja groß sein wenn ein kind viel weiß dann wird es noch mehr wissen wollen und dann interessiert dass es sich dauerhaft für irgendwelche neuigkeiten neuen dinge komischerweise nehmen bei uns den kinder also auch bis jetzt immer die ganzen jahre nehmen die kinder kommen das handy zu hand bis auf wenn ich sage los nimmt man's handy guckt man auch bei google diesen das und das ja dann geht's los und dann legen sie es auch wieder weg die haben gar nicht so ein interesse pausenlos mit anderen zu chatten die haben selber was zu tun die interessieren sich für dinge was ist kultur kultur heißt doch sich mit dingen zu beschäftigen die nicht mit dem leben zu tun haben also die nicht zum lebensunterhalt beitragen müssen ja die kultur ist moment sehr arg am boden klar wir müssen uns erst mal um unser überleben kümmern aber noch mal zur kultur zurück es gibt viele leute die gehen gerne in großstädte und sagen da ist wenigstens was los da ist kultur ja schon unsere kinder die machen kultur komischerweise konnten wir früher alle singen wir konnten auch instrumenten spielen nicht unbedingt perfekt aber es kamen viele kleine künstler heraus geht heute nicht mehr und diese dinge alle wieder zu verbessern das ist mein weg ich glaube das einzige was wirklich etwas bringt das allerdings so zeitlich bisschen mühsamer weg das einzige ist dass wir wirklich wieder die bildung vorwärts bringen denn dann kann man mit unseren nachfolgenden mit der neuen generation so ein blöd sind wir im moment passiert nicht mehr machen geht dann nicht deswegen leute gründet solide schulen im ganzen land das sind privat schulen wie das funktioniert schreibt mich gerne an ihr kontakt schreiben wir eine e mail an und kontakt solide strich schule punkt so einfach ist es hier unten ist und pressung hier noch mal die e mail adresse gar kein problem wie das geht und wie man es anstellt seine kinder auf so eine solide schule zu schicken wir fangen nämlich erstmal mit der grundschule an damit die kinder dieses handwerkszeug endlich kennen denn wie sollen sie später lesen wenn sie nicht flüssig lesen können sonst etwas aufschreiben mitschreiben im unterricht wenn es für richtig erachten wenn sie gar nicht richtig schnell und flüssig schreiben können das sind alles dinge also denkt an kontakt geht dran schreibt mir vielleicht muss man auch mal eine telefonkonferenz machen und darüber reden das geht schneller als wenn man sich immerhin der schreibt so kann man missverständnisse schneller ausräumen aber das ist das was mir ganz stark auf der seele brennt weil es muss wieder aufwärts gehen jetzt habe ich genug gesagt leute schreibt lasst uns verabreden lasst uns hier im raumzelle verabreden lasst uns irgendwie eine telefonkonferenz machen lasst uns dies lasst uns das aber lasst uns endlich wieder etwas tun damit es wirklich wieder vorwärts gehen kann denn ohne bildung hat das alles keinen zweck da kann man durcheinander schreien oder sonst was wir müssen was tun ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und ich hoffe das ist jetzt ganz bald ganz viele schulen solide schulen guckt nach was solide heißt guckt man wirklich nach was solide heißt dass es solche schulen endlich wieder vermehrt gibt die müssen wir privat gründen klar denn der staat wird solche soliden schulen er musste zulassen aber nicht selbst gründen na dann gehen wir ran ich erwarte eure kontakt aufnahme ich wünsche euch einen schönen tag denkt drüber nach schreibt nicht sofort schreibt in ein zwei minuten oder ein bisschen später oder schlaft drüber aber macht wir müssen etwas tun sonst wird es nicht besser also bis dann